Ja, kleines PDA! Ja! Komm! Du bist voll protogen und alles. Willst du das mal streichen? Ich weiß nicht, ob es gibt. Guck mal, da bewegt sich Null. Der guckt genau auf die Kamera. Ey! Die sind so schön mit der Kamera. Vielleicht mal mit der Kolob rühren. Ja, die Schüsse, ey. Ich bin so scheiß Schüsse, ey. Oh, eine Motte. Weck mir eine Motte an. Okay, hier ist die Keule. Er greift da mich jetzt auch nicht. Er macht nichts. Hallo? Pass es an! Pass es an! Ich werfe gleich auf dich drauf, Mann. Okay, ey, wenn der da... Ich hab keinen Bock, dass der irgendwie... Der Angst von der Mosse. Ja, mehr. Oh, er bewegt sich. Geiler Move! Ein Zeit-Step! Ja, jetzt kommst du mit uns mit Zelten. Ja, ja, er kommt in deinen Schlafzack rein. Ja... Der liebt dich! Bleib mal stehen, Jürgen! Bleib du mal stehen! Das ist doch ziemlich voll. Guck mal, wie gern... Schon mal eine Aktion! Voll drauf dreht. Nein, Spaß! Das... Darf man schon, würde ich sagen. Okay, gehen wir mal... Wow! Bin ich aber glücklich auf irgendwas getreten. Nein! Wir müssen auf dem Boden leuchten. Jürgen... Wir sollten auf dem Boden leuchten. Wir vermatschen sonst irgendwas. Das sieht aus wie so ein Minikro-Ozil. Ganz normale, ähm, Eidexe halt, ne? Okay. Okay.